Jomi Baduja, liebe Freunde, herzlich willkommen zum neuen Video. Heute geht es ins Training mit Duke und zwar wollen wir uns langsam ans freie Reiten heranarbeiten. Und wir wollen uns ganz herzlich bei euch bedanken für 100 Abonnenten auf YouTube. Wir freuen uns riesig, dass in so einer kurzen Zeit so viele Menschen uns schon abonniert haben. Der Wahnsinn. Ihr seid echt super klasse. Nicht wundern, irgendwer hat wohl seine Hunde verloren und ruft schon fleißig seit einer geraumen Zeit nach seinen spannenden Hunden mit seltsamen Namen. Die noch nie ohne trenze gelaufen und wir haben auch noch denke ich einiges an zeit vor uns die wir daran arbeiten bis es dann letztlich auch klappt weil auch hier geht die sicherheit vor ich möchte nicht auf einem pferd sitzen was will durch die halle oder über den platz galoppiert und ich nicht bremsen kann deswegen erarbeiten jetzt einfach stück für stück alle wichtigen basics wie man sieht ist diok nicht gerade einfach zu sitzen weil der hat einen wahnsinnigen schwung woopsie Danke! Das war's mit dem heutigen Video. Denkt immer dran, jeder Tag an dem ihr noch Pferd riecht ist ein guter Tag. Und wenn es euch gefallen hat, bitte vergisst nicht zu liken und zu abonnieren.